Für alle F1 2020 Gucker eine kleine kurze aber eben wichtige Info am Rande. Am morgigen Montag, 26.10. kommt zusammen mit Folge 67 ein Anleitungsvideo für das Erstellen einer eigenen Lackierung mit Photoshop raus. Und da werde ich am Ende die Lackierung der Saison 2 zeigen und wer sich eben die Überraschung vor Freude den Spannungsbogen in Folge 67 bei der Autovorführung nicht kaputt machen möchte, wer sich da nicht spoilern lassen möchte, der sollte sich auf jeden Fall erst einmal Folge 67 angucken und erst dann dieses gute 39, dieses gut 39 Minuten lange Anleitungsvideo. Also, das nur am Rande und das war's dann auch schon. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.